Wichtige Wörter Die meisten Sprachen kennen sie, diese kleinen Helfer. Bezugswörter, Bindewörter und dergleichen mehr. Ohne sie geht es einfach nicht. Stimmt, sie sind nicht leicht zu erlernen und ändern sich je nach Zusammenhang. Aber wir sollten uns dennoch mit einigen vertraut machen. Da gibt es zum Beispiel Wörter. Oder zunächst die Sache mit dem Artikel, der zu einem spezifischen Hauptwort gehört. Wo ist der Bahnhof? Führt die Straße dorthin? Oder Danke, das Essen war ausgezeichnet. Richtig, es handelt sich hierbei um die deutschen Artikel. Davon gibt es drei. Der, die, das. Manches passt gut zusammen. Kaffee und Kuchen, Junge und Mädchen, ich und du. Und Hallo, ja, wir sind in unserem Zimmer, im Hotel. In und im. In Morgen fahren wir zum Gardasee oder nach Venedig. Zu Zu Nach A A Oder Per 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 Ich brauche eine Sicherheitsnadel für meine Jacke. Für Verso Verso Wir fahren gerade von hier weg. Von Da 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 Wir sind in etwa einer Stunde da. Das Wort für da ist ungefähr. Circa Circa Sopra 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 Su 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 Aber wieso passiert mir das immer wieder? Aber Ma 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 Was hätten Sie gern? Kaffee oder Tee? Oder O Ich Trinke Nur Tee Nur Solo Solo Auch ich liebe Tee, aber ich trinke auch Kaffee. Auch Anke Anke Ich brauche zuerst unbedingt etwas Kaffee, aber ich trinke auch Kaffee. Was kalt ist und dann vielleicht noch einen Kaffee. Dann Allora Allora Seit gestern mache ich mir große Sorgen um meine Großmutter. Seit Da Allora Mit dem Kaffee warte ich lieber bis nach dem Essen, nach der Mahlzeit. Bis Fin Fin Che Fin Che Bei dieser Diät sollte man während der Mahlzeit viel trinken. Während Durante Durante Das Museum ist neben dem Hotel und das Hotel nahe dem Museum. Neben Nahe Vicino Vicino Oder Accanto Accanto Nahe hin, nahe her. Aber das Auto ist mir zwischen Hotel und Museum stecken geblieben. Zwischen Fra 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 Oder Tra 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 Und nun ein paar nützliche Wörter zu dem, was wir haben oder nicht haben. Ich habe Im Gegensatz zu, ich habe kein. Non O Non O Das hier ist mein Auto. Mein Mio Mia Mio Mia Früher gehörte es mir. Jetzt ist es deins. Tua 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 Das ist unser Auto. Unser Nostro Nostra Nostro Nostra Einen Augenblick. Dieses Verb ist wichtig. Wollen wir es wiederholen. Ich habe Io O Io O Er hat eine Freundin. Sie hat einen Freund. Hat er eine Freundin? Ja Er hat Lui Was ist das Gegenteil von ich habe? Ich habe kein. Non O Nono Das ist nicht meins. Entschuldigung, gehört das Ihnen? Scusi Scusi Sua Scusi Es suo Sua Aber nein Nein Das ist nicht meins Nein Das ist nicht meins No Non Non è mio Mia No Non è mio Mia Ich kann meinen Schuh nicht finden. Kann mir jemand sagen Wo ist mein Dove il mio La mia Dove il mio La mia Nicht jedes Aschenputtel hat einen Prinz, der ihm seinen Schuh zurückbringt. Meist lautet die Antwort, ich weiß nicht, wo dein Schuh ist. Zu diesem Zweck sagt man, das weiß ich nicht. Non Lo So Non Lo So